Ich weiß nicht, ob Dak Preskitts Hüftschwung zu der Mucke passt. Kriegst du das hin? Ich krieg den hin. Warte mal, warte mal. Das ist eigentlich ein bisschen schnell. Also das ist diese wunderbare Aufwärmroutine von Dak Preskitt. Die zeigt dir Spiel für Spiel. Und ich muss sagen, du bist verdammt nah dran. Komm, wer kann das auch? Wer macht mit mir ein bisschen mit hier? Zeig mal, wenn du hinten sprungst. Wer ist hier? Wer kann? Komm, mach mal mit. Oh, komm auf dein Limit. Komm mal mit. Geh jetzt hier hin. Wer kann es? Wer kann es? Wer kann es? Könnt ihr jetzt? Komm, komm mal, mach mal mit. Machen wir Bolognese, aber Dak Preskitts Hüftschwung. Komm alle hinterher. Zeig mal, was kannst du? Zeig mal die Hüfte. Jawoll. Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei? Wer kann die Hüfte schwingen? Guck mal, ihr sitzt hier alle. Hüfte. Wer kann es auch? Ich habe mit Einhüftschwung. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Komm, einmal noch Hüftschwung. Weil da, wo die Zeit ist. Zeig mal deinen Hüftschwung da auf dir. Komm, wir wollen mal deinen Hüftschwung sehen, Baby. Zeig mal, was du da kannst. Komm, wir wollen mal deinen Hüftschwung. 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 Komm, wir wollen mal deinen Hüftschwung.